so herzlich willkommen hier bei back maga back maga 2 so als zweiter halse mini 66 so ist sogar auch ein durchgezockt ja hätte schon gedacht erst mal hier probiert und gut okay die trophäne haben ein bisschen gebraucht bis sie aufgepufft sind aber er ist nicht durchgezockt und sogar platin also muss hier ein paar hier gegner kaputt machten er kommt noch nicht immer kaputt machen muss ein paar mal umspringen und war versichert erwarten wir schon genau dazu macht hier ein video hat man dann auch platte gemacht ja kaputt gehen muss man wahrscheinlich hoch oder war jetzt ja wir kommen gleich noch stärke gegner die müssen wir noch kaputt machen kommt immer wieder neue da und ja so schlecht stehen bleibt einfach haut ist man quasi unverrundbar oder was na gut kommen für einen euro oder 15 drücken als spiel mit weil du kostet mir egal nicht der schnell platin ja egal auch wenn man da gut geht ist egal kommt trotzdem immer wieder neue gegner andere gegner wenn man kommt der gleichen entgegen erhalten hat man dann halt durchgepackt weil warte noch schon und ja du musst uns sagen hier ist ein halb entgegner gut aus ja gar nichts aus der elixir wird naja so hier ist der entgegner muss man packen danach hat man quasi ihren alle profil gehabt bekommen so gut man kann auch wissen ja ja gut da muss ein bisschen brachten kaputt machen sie mich grad macht ruhig wird nie getroffen cool mehr cool 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 an karte mehr an karte da der kotz da so wie sie alles klar so viel war jetzt mal sowieso alle trophäen gehabt soll war doch damit auch da hoch wie gefallen mit liken abonnieren und warten mit und einfach mal einen schönen abend und ja bis nächsten mal in schlussi so ich hab noch ein paar andere spiel noch zu spielen soll deswegen so bis dann gehörte weit 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 bis dann